Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Wir gehen heute in den Schnee. Also ja, bei den meisten hat es bei euch wahrscheinlich keinen Schnee. Hingegen hier in der Schweiz, wenn man ein bisschen höher fährt, hat es ziemliche Schneemauern. Und ich würde sagen, das muss man nutzen. Dabei haben wir Schaufeln, um ein Iglu zu bauen oder so. Schneebretter zum Draufsitzen und Runterrutschen. Und die Kamera, GoPros und das halt alles. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir angekommen sind. Bis dann. So, jetzt sind wir über der Nebelgrenze und hier scheint die Sonne. Also, so altkalt wird es nicht werden. Wir sind noch nicht ganz da, aber wenn wir da sind, sehen wir uns wieder. Bis hierhin sind wir gekommen. Weißen, wir sind mit dem Auto. nicht bekommen, weil es einfach zu sehr eingesackt wäre. So, jetzt sind wir oben angekommen, da weiter unten hat es eine Schneeverwehung, da werden wir jetzt ein paar Schneebretter auslösen und dann noch eine Höhle durchgraben, mal schauen wie es so klappen wird. Wir sehen uns ein bisschen später. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So, liebe Leute. Jetzt ist das Loch fertig. Ich bin einmal ganz durch, ein paar Mal runter geschlittelt. Jetzt zeige ich euch nochmal das Loch und dann schlittle ich nochmal durch. Dann noch ein bisschen die Aussicht und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur Abmotoration nochmal. Bis später. 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 Bis später.